Hallo Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten Tischkreissägen sehen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Kundenzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder unten auf das Glockensymbol zu klicken, um als erster über unsere Videos informiert zu sein. Auf Platz 3 haben wir die Bosch Professional Tischkreissäge GTS 635. Die Bosch Professional Tischkreissäge GTS 635-216 ist eine leistungsstarke und vielseitige Tischkreissäge, die für professionelle Holzarbeiter und Handwerker entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Konstruktion und ihren leistungsstarken Eigenschaften ist dieses Werkzeug ideal für anspruchsvolle Aufgaben in Schreinerei, Bauwesen und Holzbearbeitungsprojekten. Mit einem 1600 Watt Motor liefert diese Tischkreissäge zuverlässige und konsistente Leistung und eignet sich somit zum präzisen und mühelosen Schneiden einer Vielzahl von Materialien. Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 216 mm und eine Bohrung von 30 mm, was genaue und saubere Schnitte gewährleistet. Eine der herausragenden Eigenschaften der Bosch Professional Tischkreissäge GTS 635-216 ist ihr benutzerfreundliches Design. Die Säge ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, einschließlich eines Sägeblättschützes und Anti-Rückschlagvorrichtungen, um Benutzer während des Betriebs zu schützen. Der robuste und stabile Tisch bietet eine sichere Arbeitsfläche, sodass Benutzer auch große Werkstücke selbstbewusst handhaben können. Zusätzlich bietet diese Tischkreissäge bequeme und präzise Einstellungen, die es Benutzern ermöglichen, die Schnitttiefe und den Winkel mühelos einzustellen. Das ergonomische Design des Werkzeugs sorgt für komfortable Handhabung und reduziert die Ermüdung der Benutzer bei längerem Gebrauch. Auf Platz 2 haben wir die Einhelltischkreissäge TZS. Die Einhelltischkreissäge TZS 2025 HBU ist eine leistungsstarke und vielseitige Tischkreissäge, die sowohl für professionelle Holzarbeiter als auch für DIY-Enthusiasten entwickelt wurde. Mit einer maximalen Leistung von 2000 Watt kann diese Tischkreissäge eine Vielzahl von Schneidaufgaben mühelos und präziser bewältigen. Eine der wichtigsten Funktionen dieser Tischkreissäge ist ihr einstellbares Präzisionssägeblatt, das leicht in Bezug auf Höhe und Winkel angepasst werden kann. Dies ermöglicht es den Benutzern, genaue und saubere Schnitte in verschiedenen Materialien zu erzielen, was sie ideal für Holzbearbeitungsprojekte unterschiedlicher Komplexität macht. Die Säge ist auch mit einem Parallelanschlag und einem Winkelanschlag ausgestattet, die um bis zu plus minus 60 Grad eingestellt werden können, was Flexibilität und Präzision bei der Schnittführung ermöglicht. Die Einhelltischkreissäge TZS 2025 Hibu bietet eine geräumige Arbeitsfläche mit links- und rechtsverlängerbaren Tischen und bietet ausreichend Unterstützung für große Werkstücke. Dies gewährleistet Stabilität und Sicherheit während des Betriebs, sodass Benutzer problemlos mit großen Materialien arbeiten können. Die Tischkreissäge ist mit der Sicherheit der Benutzer im Sinn gestaltet und verfügt über Sicherheitsvorrichtungen, die die Benutzer vor dem rotierenden Sägeblatt schützen. Zusätzlich ist die Tischkreissäge einfach einzurichten und zu bedienen, was sie sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Holzarbeiter geeignet macht. Ihre intuitiven Bedienelemente und ihr ergonomisches Design machen sie bequem zu bedienen und reduzieren die Lernkurve für Benutzer, die neu im Umgang mit Tischkreissägen sind. Auf Platz 1 haben wir die Scheppach-Bandsäge BASA 3. Die Scheppach-Bandsäge BASA 3 400 Volt bis 700 Watt ist ein robustes und vielseitiges Holzbearbeitungswerkzeug, das die Funktionalität einer Bandsäge mit der Bequemlichkeit einer Tischkreissäge kombiniert. Diese Maschine ist darauf ausgelegt, den Anforderungen sowohl von Hobbysten als auch von professionellen Holzarbeitern gerecht zu werden und bietet präzise und effiziente Schneidfähigkeiten für eine Vielzahl von Holzbearbeitungsaufgaben. Mit einem leistungsstarken 700 Watt Motor bietet diese Bandsäge und Tischkreissägenkombination ausreichend Leistung für verschiedene Schneidaufgaben. Egal, ob ihr mit Hartholz, Weichholz oder anderen Materialien arbeitet, der Motor liefert eine konstante und zuverlässige Leistung. Die Maschine verfügt über eine geräumige Werkbank, die eine stabile und ebene Arbeitsfläche für die Bearbeitung von Materialien unterschiedlicher Größe bietet. Diese Tischplatte ist so konzipiert, dass sie verschiedene Werkstücke unterstützt, sodass Benutzer sowohl kleine als auch große Gegenstände mühelos handhaben können. Die Größe und Stabilität des Tisches tragen zur Genauigkeit der Schnitte bei und verbessern die Sicherheit der Benutzer während des Betriebs. Die Scheppach BAS A3 bietet verstellbare Funktionen wie die Einstellung der Blattspannung und Blattführungen, die es den Benutzern ermöglichen, die Maschine für optimale Leistung feiner abzustimmen. Diese Einstellungen gewährleisten, dass das Blatt in Ausrichtung bleibt, was zu präzisen und sauberen Schnitten führt. Die Maschine wird auch mit einem Parallelanschlag, einem Gehrungsanschlag und anderen Zubehörteilen geliefert, die ihre Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern.